. . . . . . . . Hey, hi Freunde, grüßt euch. Schön, dass ihr mich bei meinem neuen Nebenjob hier besucht. Ich habe jetzt gerade kurz den kleinen Wagen hier von dem Rennen da drüben rausgekehrt. Da gibt mir 20 Euro dafür. Ich bin ein bisschen knapp bei Kasse, von daher. Zeige euch jetzt mal, wo wir hier heute Abend auftreten. Kommt mal mit, zeige euch kurz die Halle. Äh, nicht Halle, das Zelt. So, gehen wir näher nicht so langsam. So, hier drinnen wird es heute Abend tierisch abgehen. Ich denke mal, es werden es jetzt circa 1500 Leute sein. . 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